Mavic Mini, R2S oder Mavic 2 Serie, da hat man die Qual der Wahl und weiß nicht so wirklich, welche Drohne macht denn für mich Sinn? Was soll ich mir denn kaufen? In dem Video werde ich euch ganz kurz die wichtigsten Unterschiede erklären und ich hoffe, euch hilft das ganze weiter. Der erste Unterschied zwischen den Drohnen ist das Thema der Abstandssensoren, das heißt bei der Mavic Mini habe ich keine Abstandssensoren, das heißt ich muss aufpassen, dass ich eben nicht gegen den Baum fliege. Die R2S hat Sensoren nach vorne und so halb nach oben, also auch bei hoher Geschwindigkeit und nach hinten. Also schon sehr gute Möglichkeit der Abstandssensorik und die Mavic 2 Serie hat auch Abstandssensoren zur Seite und komplett nach oben, das heißt ich habe zumindest in so einem Tripod Modus, wo die Drohne sehr langsam fliegt, eine sehr sichere Navigation und Sicherheit, dass ich eben auch seitlich hoffentlich nicht in den Baum rein fliege, was mir hiermit im Worst Case passieren kann. Trotzdem wenigstens nach vorne und nach hinten gute Abstandssensoren bei der R2S. Ein Punkt der unterschätzt wird, mit der Mavic Mini bin ich rimrechtlich einfachsten Rahmen unterwegs. Das heißt mit beiden größeren Modellen, weil die über 500 Gramm wiegen und nicht zertifiziert sind, muss ich, wenn ich im Stadtgebiet fliege, also näher als 150 Meter an Wohnen, Gewerbe und so weiter heranfliegen will, den großen A2-Drohnen-Führerschein machen. Bei der Mavic Mini brauche ich das nicht und auch nach dem Ende der Übergangsregelung Anfang 2023, wo ich mit den Drohnen ohne Erlaubnis nur noch mitten auf dem Feld fliegen dürfte, wenn sie nicht zertifiziert werden, kann ich mit der Mavic Mini entspannt weiter fliegen und bin dann nicht rechtlich groß begrenzt. Dann die Kamera Performance. Die 12 Megapixel von der Mavic Mini reichen für normale Anwendung vollkommen aus. Die R2S ist wirklich toll mit dem 1 Zoll großen Sensor. Auch bei schlechten Licht habe ich super Videos oder auch Fotos. Und die Mavic 2 Serie, da gibt es ja zig verschiedene Modelle. Hier ist jetzt ein spezielles Modell, deswegen auch Scheinwerfer mit großer Wärmbildkamera, zum Beispiel für die Re-Kids-Rettung. Aber zum Beispiel die Mavic 2 Pro, die am ehesten zu R2S vergleichbar ist, weil es fast der gleiche Sensor ist. Die verfügt neben ein paar anderen Features eben auch über den 20 Megapixel. Sensor und aber auch eine variable Blende, was mir ein paar mehr Möglichkeiten, zum Beispiel als Fotograf oder als Filmschaffender, bietet. Dann hat als einzige von den drei Drohnenmodellen, die Mavic 2 Serie, die Möglichkeit auch mit serienmäßiger Software sehr gute Wegpunktnavigation zu machen. Also für wiederkehrende Bauwerksprüfungen, Zeitrafferaufnahmen oder ähnliches kann ich das mit dem großen System sehr gut machen. Bei den kleinen beiden Modellen ist das leider eingeschränkt. Es wird in Zukunft immer mehr Zusatzanträger, die Anbieter geben, zum Beispiel Litschi ist eine der Apps, wo man Wegpunktnavigation auch mit kleineren Drohnen machen kann, ist aber noch nicht zur R2S kompatibel. Aber guckt euch da an, was gibt es denn noch für Apps, wenn ich sowas wie Zeitrafferaufnahmen aus der Luft machen will. Das war jetzt kein tiefgehender Vergleich, sondern nur eine ganz kleine Idee, was ihr denn bei den verschiedenen Drohnen beachten müsst, was da interessant ist. Wir haben zig Videos zu den verschiedenen Modellen erstellt, deswegen Kanal abonnieren und guckt euch unsere anderen Playlists dazu an. Wenn ihr Interesse an dem A2 Drohnenführerschein habt, haben wir laufend Sonderangebote. Wenn wir da tolle Aktionen haben, packen wir das hier unten in die Beschreibung rein und guckt euch das an. Ansonsten, wenn ihr Fragen zu den Drohnen habt, gerne hier kommentieren, bei Instagram auch unseren Kanal angucken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.